weil da unterzugehen ist nicht ganz safe und ich hab' ich noch ein bisschen Quatsch gefunden ich muss sagen ja schon oder hat sogar als Hüge gepasst zu Lukas Antwort naja so ich schon mal hab ich den anderen Weg etwas finden hoffentlich wäre ganz cool also das ist für nichts so das sind die auch nicht so so häufig auch ja Linden leider wobei das macht so ein bisschen schwieriger wenn man in seinen Sachen dran kommt die TGT die TGT die TGT aber da oben ob da oben irgendwas ist aber irgendwie wenn wir nicht ich würd gerne nachkommen ich muss noch mein Eisen schmelzen lassen ja das kann noch ein bisschen dauern wahrscheinlich nicht wahr aber naja fuck wenn einer sucht denke ich reicht das eigentlich auch schon ja und bringen wir damit die Kloskunft ja ich brauche durch ja ich glaube ich die TGT ich glaube ich tu mir mal hier ein bisschen die Wege markieren damit ich auch wieder zurückfinden weil in der kann man sich ziemlich gut verlaufen das ist schon mal echt scheiße ja das ist ziemlich ärgerlich guck mal hier aber da ist gar nichts schade vielleicht irgendwie dahinten muss ich mal gucken oh ein riesiger Lavasee ganz schön gefährlich und ist da was ne ich kann nichts erkennen das ist doch schee und mal ist dann nichts ne mal da lang vielleicht finden wir da irgendetwas oh hier gibt's den Weg ich will mal was gibt es hier äh erhaltsmaul nein ist es nicht was denn passiert krass was denn los uha ich sehe mal ich habe einfach ich habe einfach zwei Sandblocks übereinander getan ich wollte nur einen unteren Weg bauen und darunter eins der setzten bevor der eine runter fällt was das passiert ist was ihn das der ist einfach verschwunden oder ist er wieder er hat das so gemeint okay aber das ist eine Geschichte mal das hat so aus ich habe eine Festung gefunden mein Gott wie geil jawohl ich habe eine Festung gefunden Hammer und kein Rügel mit 3 weit weg oder nicht so nee es geht eigentlich die in der Nähe wird Wotterfork 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 ich habe das Festung gefunden ja weißt du was gewartet hat alter er kann einen Gefallen tun und die Koordinatensagen von dem jeder Portal ja mach ich dann gleiche Leute ich habe nur drei Schüsse gehört und die kamen irgendwie von einem Lohn und ich bin direkt von der Verstorben und von wo kommen die auf die wenn die Spawner nicht einfach da dritteln Schuss und in dem nein eigentlich nicht die Spawner bei diesen Spawnern auf den Brücken boah das ist hammer nervig gerade ohne Scheiß oh man ich hab so wenig zu essen kann mir irgendwer was brauchen na ich habe gerade nicht so oh mein Gott das sind glasen Gast alter Scheißgaste für das in meiner Nähe auch okay ich weiß wo ich bin glaube ich hoffentlich ja okay oder hier in dem Moment ein paar Spitz eine Spitzacke mitnehmen sollen weil wenn sich feststellt kommt man gar nicht so leicht darunter und ja da sind direkt die Lohn und da sind direkt ein Lohnspawner deswegen haben die mich erwischt gehabt und oh Gott jetzt brenne ich schon wieder alter ja okay ja hier komme ich definitiv nicht runter ohne zu sterben das ist nicht hoch zu machen diese scheiß Lohn sind dann direkt neben mir da ist nämlich der Spawner da fängt nämlich direkt schon diese Burg an und ja ich hätte mir irgendwie was zum abbauen mitnehmen sollen ich komme da nicht runter das ist jetzt echt blöd Lukas du bist du zuhause naja ich kann mich an so ach so für close down oh Gott ja da komme ich wahrscheinlich definitiv nicht runter ich schieße mich schon diese blöden Lohn du 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 nein da komme ich nicht drunter oh 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 gimme gimme und mit der Hand abzuworn dort viel zu lange ich mach dir grad oh Gott toll ja jetzt sterbe ich auch schon da ich bin ich ein Problem ja meinst du so ich muss jetzt erst mal eine Spitzsacke holen runtergehen und meine ganzen Sachen holen hoffentlich die spawnen die nicht in der Zeit oder so das ist auch schön ah das ist nicht schön das ist ziemlich scheiße jetzt gerade im Moment Mann kannst du kurz mit mir pennen gieß oh komm freund hab ich auch schon mit Steff gemacht ist nicht so schlimm stelle in der letzten Folge ja warte muss Steff ach Steff ist wieder bei seinem Spawn ne ja dann legst du den Steff ne ich geh mal schnell never und ich glaub dann können die einfach schlafen gehen das müsste eigentlich kein Problem sein echt ja müsste eigentlich gehen aber ich weiß was ich dachte man kann im Never schlafen dann hab ich mal so ein Bettchen platziert und meine Basis ist einfach explodiert ah mal geil wo ist der Glouso? oh danke oh nice ich muss mal gucken wie ich da jetzt wieder hin gekommen habe aber den Weg kenn ich mittlerweile eigentlich schon einfach nur da oben raus und dann links laufen muss ich mir erstmal da runter buddeln versuchen an Elon vorbeizukommen oh kein Creeper und ab dem Zeitpunkt war es schon ziemlich interessant langsam da war es schon ziemlich spannend da ist ein Lüger sagen was passiert scheinen die machen hier die ganze Ebene kaputt zu sagen und vor Ort so die Creeper ha ha man soll sich sind hier nicht wirklich schlimm aber was und da war eigentlich jetzt gar nichts die schöne Ebene da war schon eine Lue nein Gott schon ein Zombie da kann ich direkt davon reingehen man 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 ich brauche ich auch noch ein bisschen Erde mehr um hier ein bisschen das Eis zu glätten das ist schon glatt genug aber kann ich dann hier wo diese Graslandschaft ist kann ich dann eine Farm bauen oder ja ich denke schon unter der Erde aber dann oder wie oder was für eine Farm oder was für eine Farm eine Farm eine normale Farm Monster oder Weizen oder so ja Weizen und so so mach doch wenn ich draus so angst hopp hopp so ich muss mich jetzt erst mal in die runterbuddeln damit ich mein Stuff wieder kriege das haben wir dafür dass der gestorben bin und kein Release da schon bei mir mit dem die Bede Zock so einfach mal runterbuddeln und ja wollen das meine Items das ist geil meine Items haben meine ganzen Items wieder gefunden Gott sei Dank jeder Eingang sieht jetzt obwohl doch das sieht schon aus das sieht lustig aus mal schau's dir mal an das sieht schon so hab meine Items wieder und ich will mal direkt die blöde Burg erforschen und schau dass ich mal so wie muss ich dann nochmal an die Lohn dran kommen ob ich diese Stäbe kriege vielleicht finde ich auch noch irgendwas cooles in den Kisten werden wir mal sehen ich meine ich kenne es ja schon aber ihr werdet dann auch noch sehen ziemlich interessant so jetzt bin ich am überlegen entweder ich baue eine Bibliothek aber ich glaube wir haben kein Zuckerrohr oder doch äh ich habe ungefähr zwei Stacks Zuckerrohr bei mir ach du brauchst du es an ja sozusagen aber wir haben keine kein Leder wir haben allerdings kein Leder um die Bücher zu machen wir bräuchten Kühe das ist das kleine Problemchen ach wir haben keine Kühe gefunden oder ja das heißt wir müssen erstmal Kühe sammeln gehen ne weißt du ja du könntest das doch eigentlich machen weil du hier sowieso nichts zu tun hast ich meine ich bin ja wenigstens schon im Never aber größer wenigstens die blöden Kühe Farmen gehen was ist Farmen mitnehmen so schauen wir mal was es hier dann so toll es gibt in der Burg ach so gehst du schon gleich Lohn töten oder was ja ich denke schon falls ich es schaffe und dabei nicht drauf gehen oder so Prozent Leute hat hier noch niemanden Zombies vor Ort auch hat hier schon so nachgaben ist ein kompliziert und diese Lohn an die Sanktel oder so hat euch Böner Prozent der Verhandlungen nicht in Zombies Boru da können wir gut eine Farm drausen Stimmungsform Max oder nicht er stimmt Max hat er ja stimmt Max hat hier von da geholt er hat er dieses Dorf erkunden und dann auch diesen Spawner gefunden hat hat er schon ziemlich Glück gehabt eigentlich hat er schon ziemlich Glück gehabt eigentlich es ist so es ist